Glücks, Pilz, Motivation Hallo liebe Glückspilze, toll dass ihr mal wieder ins Glücksnest gefunden habt. Ich bin Naomi, euer Glückskind von Dienst sozusagen und ja heute habe ich ein besonders spannendes Thema für euch. Und zwar geht es um negative Gedanken oder besser wie man diese loswerden kann und zwar in dem Moment, wenn sie gerade aufkommen. Passiert ja tagtäglich, deswegen wirklich für jeden interessant und ja ich sag ja immer mit dem Glück ist es ein bisschen wie mit einem Sixpack, man muss es trainieren. Und deswegen starten wir auch gleich in unsere erste Trainingsrunde und zwar mit einem kleinen Warm-up. Ihr müsst jetzt keine Liegestütze machen und dabei sagen, ich denke positiv, ich denke positiv, ich denke positiv. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist viel mehr als das. Es ist sozusagen der Grundstein, damit die nächsten Übungen, die ich euch sage, funktionieren können. Denn das Wichtigste ist, damit ihr eure negativen Gedanken loswerden könnt, ihr müsst euch diesen bewusst sein. Wenn ihr überhaupt gar nicht versteht, dass ihr gerade negativ denkt und euch damit in eine Richtung bewegt, in die ihr eigentlich gar nicht wollt, dann könnt ihr auch nichts dagegen tun. Also der erste Schritt ist wirklich, haltet inne, erkennt, dass ihr gerade Negatives denkt und entscheidet euch auch bewusst dafür, etwas daran zu ändern. Und los geht's! Auf geht's! Erste Übung. Und zwar braucht ihr dazu so ein kleines Gummiband, das für die nächsten Wochen euer treue Begleiter werden könnte, wenn ihr das möchtet. Und zwar kommt das einmal um euer Handgelenk. Ganz egal, ob links oder rechts, es muss einfach nur ums Handgelenk kommen. So, ich habe es jetzt mal rechts angemacht und das Konzept dahinter ist einfach, dass wenn ihr merkt, Moment mal, irgendwie denke ich gerade wieder negativ, dann ist das nächste, was ihr tut, einmal hier das Gummiband zu nehmen und euch einen kleinen, wenn auch etwas schmerzhaften Reminder zu geben, die mir so ein bisschen daran zupft. Das zieht dann so ein bisschen. Und das dient nochmal zur Bekräftigung dessen, dass ihr euch wirklich bewusst macht, ja. Ich betone das jetzt auch so sehr, weil das wirklich, das ist der Grundstein, das ist das Essentielle, wenn ihr was daran ändern wollt, dass ihr es euch einfach bewusst macht, dass ihr es in euch verwurzelt. Einfach in den Spiegel schaut und sagt, hey, okay, in meinem Fall, der Junge, du bist vielleicht gerade in deinem Kopf so ein bisschen emotional abgelaufen. Macht dir das klar und das kann dir sehr dabei helfen. So, die nächste Übung ist super easy, denn ihr müsst einfach nur atmen. Also etwas tun, was ihr sowieso rund um die Uhr macht und jetzt kommt wieder das entscheidende Wörtchen. Ihr macht das bewusst. Dreimal tief ein- und wieder ausatmen und sich bei jedem Ausatmen vorstellen, dass ihr die negativen Gedanken sozusagen damit rausschickt. Ich weiß, das klingt jetzt alles total esoterisch, aber versucht es einfach mal, denn diese Vorstellung hilft euch wirklich dabei, das loszulassen. Und dann darum geht es auch. Und beim letzten Ausatmen, also beim dritten Ausatmen, sagt ihr euch auch nochmal bewusst. Ich glaube, ich könnte so einen Zusammenschnitt am Ende machen, wo jedes Mal das Wörtchen bewusst irgendwie aussah, wie oft ich das jetzt gesagt habe in diesem Video. Warum warten? Das können wir auch jetzt schon erledigen. Bewusst. Auch bewusst. 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 Ihr sagt euch dann auch wirklich bewusst, dass damit jetzt auch die negativen Gedanken gegangen sind und ihr euch jetzt wieder auf etwas Positives konzentrieren könnt. Die dritte Übung macht besonders viel Spaß, denn ihr dürft euch was angucken. Und zwar nicht irgendwas, sondern lustige Videos. Etwas, was euch zum Lachen bringt. Das ist wirklich eine ganz tolle Lösung, um irgendwie wieder auf andere Gedanken zu kommen, denn das gibt euch sofort ein positives Gefühl. Ich meine, wer bitte kann sich süße Katzenbabys angucken und dabei noch grisscremig sein? Ja, das geht irgendwie überhaupt gar nicht. Viertens, schaff dir ein Book of Compliments an. Ich habe dir dieses Book of Compliments auch schon in einem anderen Video vorgestellt. Das ist ein Buch, in dem ihr einfach alles Positive aufschreibt, was andere Menschen über euch sagen. Das ist nicht nur eine super Übung, damit du dich selber gut fühlst, sondern es ist auch toll, dass wenn du, wie gesagt, negativ denkst oder wenn es dir nicht so gut geht, dann kannst du dieses Buch immer wieder zur Hand nehmen und nachlesen. Okay, was haben denn andere schon Tolles über mich gesagt? Weil, wenn wir mal ehrlich sind, sind wir diejenigen, die am härtesten mit uns ins Gericht gehen. Und deswegen kann es auch einfach schön sein, sich mal wieder ein bisschen so daran zu erinnern. Okay, aber was sagen denn die anderen so? So, das nächste ist auch eigentlich eine ganz simple Sache. Nur wir unterschätzen einfach manchmal die Kraft der Dankbarkeit. Das nächste, was du nämlich tust, wenn du merkst, okay, du hast gerade negativ gedacht, es inzuhalten und dich zu fragen. Für was bist du in diesem Moment am aller, 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 allermeisten dankbar? Und das kann auch einfach der Sauerstoff zum Atmen sein. Leute, es gibt so viel, für das ihr dankbar sein könnt. Wir nehmen nur so viele Sachen einfach für selbstverständlich, dass wir es einfach irgendwie übersehen. Es kann dir wirklich dabei helfen, dich selber da oben so ein bisschen, ja, neu zu programmieren, wenn du Richtung Glück durchstarten willst. Wenn du dir diese, diese Zauberkraft der Dankbarkeit jeden Tag aufs Neue zu nutzen machst. So, die nächste Übung ist auch was sehr, sehr Angenehmes für euch. Und zwar geht es darum, dass es ja eigentlich auch wissenschaftlich bewiesen ist, dass wenn man unterzuckert ist, wenn man hungrig ist, dass man dazu neigt, eher negative Gefühle zu haben, eher schlecht gelaunt zu sein. Und deswegen kann es auch helfen, etwas zu essen. Und am besten etwas Gesundes, denn ihr wollt ja schließlich euch nicht irgendwie jetzt jeden Tag zehnmal mit Schokolade irgendwie trösten. Ne, ihr wollt ja schon, aber ihr wollt das Resultat davon wahrscheinlich nicht sehen. Aber trotzdem, versucht es doch einfach mal, meinen Magen wiederzufüllen. Und guckt mal, was das mit euch macht, mit eurer Ausrichtung, mit eurer Mentalität, was da oben passiert. Vielleicht geht es euch auch danach viel, viel besser. Also, cheers! Die nächste Möglichkeit, die ihr anwenden könnt, wenn negative Gedanken aufkommen, ist, dass ihr von 20 einfach ganz stupide nach unten zählt. Ja, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, äh, wieso kriege ich jetzt Matheaufgaben oder was soll das? Nein, 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 das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es geht einfach nur um die Verlagerung der Aufmerksamkeit. Denn, ähm, du musst dich konzentrieren, wenn du von 20 nach unten zählst. Und dabei kannst du nicht gleichzeitig negative Gedanken haben, ja? Und das kannst du so oft wiederholen, wie du denkst, ähm, das du eben brauchst, um über dieses negative Gefühl und die damit verknüpften negativen Gedanken hinwegzukommen. Die nächste Übung basiert darauf, dass ja das, was du denkst und das, was du sagst, extrem nah miteinander zusammenhängt. Also, naja, wenn wir jetzt die Frage von, was war zuerst da, äh, das Huhn oder das Ei, können wir das auf die Gedanken übertragen? Ziemlich simpel. Zuerst war der Gedanke da und dann das, was aus dem Mund kam. Naja, manche Menschen streiten das ab, weil sie ein bisschen zu schnell was sagen und vielleicht davon nicht denken oder zumindest denken, dass sie davon nicht... Okay, was rede ich hier eigentlich? Egal, was ich eigentlich sagen will, es geht einfach davon aus, okay, was denkt ihr, was sagt ihr, das hängt extrem nah beieinander. Deswegen könnt ihr auch schon bei dem, was ihr sagt, anfangen, ein bisschen zu trainieren. Und zwar geht es darum, dass wir ganz oft, ohne es zu merken, immer von dem sprechen, was wir nicht möchten. Beispiel. Ich möchte in der Klausur nicht durchfallen, ja? Aber dann sich bewusst machen, okay, was habe ich eigentlich gerade gesagt? Ich habe wieder negativ gesprochen, ich habe etwas im Negativen gesagt, aber genau dasselbe, mit demselben, was du damit ausdrücken willst, kannst du auch positiv sagen. Und das wäre, ich hoffe, dass ich in der Klausur eine super Note bekomme. Ich wünsche mir, ich glaube daran oder wie auch immer, wie ihr das dann formuliert, ist egal. Wichtig, es geht wieder um das Bewusstmachen, okay, wie habe ich es gesagt? Und dann auch bewusst und laut aussprechen, wie es sozusagen besser mit euch und eurem positiven Gefühl einfach zusammenpasst. So, und das war es auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar schöne Inspirationen liefern. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, schreibt mir einfach. Ich beantworte auch alles sehr, 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 sehr gerne. Ich bin immer gespannt und auf einen regen Austausch auch wirklich aus. Deswegen beteilige ich euch sehr gerne und wenn ihr noch nicht Teil der Glückspilzwelt seid, abonniert doch gerne den Kanal. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne auch einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr freuen. Damit ihr fortan kein Glück dieser Welt mehr verpasst, verlinke ich euch auch Facebook und Instagram und natürlich auch die Website unten. Dann könnt ihr da auch mal vorbeischneiden. Und ja, vergess nicht, Glück ist, was du daraus machst. Und du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, wenn du hier schon gelandet bist und dir dieses Video angeguckt hast. Jetzt gilt es nur noch, es umzusetzen und dabei ganz viel Spaß.